warte ab wie es hier bei ebbe riecht abwarten werden wir jetzt nicht mehr meine lieben sondern ich heiße euch herzlich 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 willkommen hier mitten in der nacht bei biomutant jetzt werden alle sagen mitten in der nacht also bei mir ist das jetzt mitten in der nacht ich habe einen urlaubstag und das heißt ich bin auch schon so ein bisschen langsam im kopf was immer eine gute voraussetzung ist um ein bisschen was aufzunehmen aber ich freue mich sehr dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel 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 spaß so und zwar befinden wir uns hier an der stelle wo wir mehr oder weniger direkt da unten herausgekommen sind nachdem wir die quaker glaube ich so hieß es also beziehungsweise sagen wir so die in tonnen ins wasser geworfene quietscheenten gesammelt haben für schlucker so hieß er und da laufen wir nämlich jetzt wieder zurück und ich wünsche euch da draußen viel viel spaß es kann sein dass mein gehirn ab und zu mal ein bisschen merkt ihr ja ein bisschen offline ist dann ist es der tageszeit geschuldet das bin ich ja natürlich überhaupt und gar nicht gewohnt um so eine zeit doch wach zu sein richtig und zwar lasst uns mal kurz in die kost rein gucken weil also schlucker ist nicht in der lage sich zu bewegen acht genau und radium sirup sollten wir ihm besorgen ach so ich glaube mit den quietscheenten waren wir sogar also ich weiß nicht eins von beiden ich glaube mit quietscheenten waren wir schon haben wir ihm gegeben und dann hat er gesagt er will unbedingt diese radium sirup naja also wir müssen zumindest zu ihm zurück dass seine geisteskraft direkt schlucker ist nicht in der lage sich zu bewegen da seine geisteskraft direkt von der menge an sirup abhängt die er geschluckt hat also es verwunderlich dass er nach dem genuss von radium sirup überhaupt noch geisteskraft besitzt er benötigt hilfe von jemanden damit bei ihm alles wieder flüssig läuft etwas radium sirup sollte seine durst löschen und sein innerstes zum leuchten bringen schön ausgedrückt das innerste zum leuchten bringen so pass auf wir müssen jetzt irgendwie richtung was her ist das hier es ist voll die muschel aber ist da was drin tja ich hätte gedacht da wäre jetzt etwas drin also pass auf da müssen wir nämlich rüber und zuerst ein bisschen ins wasser da ist er der glibber gleich das ist einem röhrenfloss weit überlegen da sitzt da in der schwimmenden war jetzt musst du wieder mit eigener kraft laufen und irgendwie für dich ja echt cool ich finde es schade dass wir uns nicht hinsetzen können wohl bekommst schlucker möchte dich mit auf eine super spaßige rutschfahrt nehmen teilen ist eine wohltat und ein getränk für zwei passt wunderbar schlucker sagt dein anblick sei wie sein eigenes spiegelbild am boden eines glas es wird einfach nie alt er freut sich auf euer nächstes treffen und du musst es herbeiführen vielleicht ist der sirup sogar noch berauschender weil er in einem radioaktiven tanker gealtert ist du willst doch mehr er ist sich sicher dass es da draußen noch mehr tanklastzüge mit radium sirup gibt die darauf warten geleert zu werden ich habe einen tag gefunden ich kann noch einen finden sagt du solltest diesmal einen doppelten daraus machen alles klar schlucker meint trinken sollte einen nicht vom denken abhalten er fragt sich was dich gerade beschäftigt ich weiß nicht was als nächstes kommt schlucker sagt er wartet immer noch auf seine zweite runde das hat er jetzt ernst gemeint trinken sollte einen nicht vom denken abhalten er fragt sich was dich gerade beschäftigt ich habe das gefühl dass da noch mehr ist sagte ich gerne öfter sehen zu wollen okay und sonst noch was freut sich dass du dir treu geblieben bist und anderen tatsächlich tatsächlich hilf tatsächlich ihr werdet euch wiedersehen schlucker meint trinken sollte einen nicht vom denken ja okay gut er fragt sich was dich gerade beschäftigt dass ich deine zeit in anspruch nehmen du weißt dass du noch andere dinge exakt ist aha zwei tritt wird die zweitrinkung die zweitrinkung besiegel besiegel schlucker in seinem eigenen spiel ich habe angst oh gott ich habe angst das überlebe ich doch nicht kannst du dich an den sternen orientieren äh schlucker hallo schlucker dankt dir ein schluck oder zwei werden nicht schaden er lehnt es ab allein zu trinken und ihr seid jetzt freunde die jüngeren und euch werden das nicht verstehen die älteren werden das trinkfreunde die wir jetzt verstehen schlucker meint er kann von diesem deliziöslichen sirup einfach nicht genug haben er ist so erfrischend meinst du nicht auch also etwas unalkoholisch wobei es komplett dargestellt wird als wäre es etwas anderes ne er weiß es wirklich zu schätzen dass du mit ihm ein getränk geteilt hast du hast etwas riskiert und verdienst eine belohung was er wird das versprechen halten dass er dir bei eurer ersten begegnung gegeben hat er besitzt einige dinge die kein anderer hat was für dinge besitzt du dann behauptet alles über trinkbares zu wissen er probiert und experimentiert okay aber was genau schlucker ist das saftige gerücht zu ohren gekommen du hättest eine arche gefunden er fragt sich so was für getränken ihn das inspirieren könnte es ist kein gerücht er freut sich für dich selbst wenn er nie wieder jemand zu durstigen unter seinen kunden haben wird oder war das ist nicht die richtige antwort um ihn einzuladen schwer vorzustellen was man mit einer arche anstellt wenn die welt nicht untergeht aber darum ist sie wohl noch da richtig meint er postet deiner bemühungen zu der welt den saft zu erhalten so oder so ist es wert darauf zu trinken möchte wissen ob du für die reise in deiner arche einen meistermixer brauchst das ist die frage nach hier bietet sich die gelegenheit deinem nächsten zu helfen in der arche ist ein platz frei falls du ihn aus dankbarkeit anbieten wird aus das fies das heißt ich werde auch leuten den platz ablehnen müssen aber ich meinen trifft deine wahl platz verweigern verweigelt dieser person einen der vier plätze an bord der arche und sie gehört nicht mit dir auf die arche aber sie gehört dennoch mit dir auf die arche was mache ich denn jetzt das problem ist es sind nur vier aber ich meine im endeffekt er sitzt ja einfach den ganzen tag nur da und trinkt ab pass auf warum du brauchst nur dich selbst und mich natürlich aber ich bin ein teil von dir also zählt das nicht soll es schnell gehen die alleine willst du weiterkommen die gemeinsam der einzige von dem wir hier bloß schnell weg wollen ist die dunkelheit aber du weißt dass du nicht ohne mich weitermachen kannst selbst wenn ich schlechte gesellschaft bin endlich sind wir uns mal bei einer sache eigentlich lieber alleine sein als in schlechter gesellschaft doch zuallererst sollte man sich selbst gute gesellschaft sein hat sie recht kann nicht fassen dass du ihn als begleiter gewählt hast für die reise wird er ein grandioses neues getränk mixen es ist nicht ganz leicht zu verstehen aber es geht darum in die soße zu tauchen ohne gesucht zu werden in die soße zu tauchen ohne gesucht zu werden okay ja zeigt mir was du hast sie dir das sortiment an aha und dann wenn man sie so weit hat dass sie in der arche dann drin sind bieten sie dir quasi sachen zum verkauf okay das ist cool aber ich habe kein geld ich habe leider kein geld es tut mir hochgradig leid ja ich habe kein geld okay pass auf entscheid wer findet die abtauch luke die abtauch luke also diese wahl mit dieser arche finde ich echt grausam die abtauch luke zeit zu düsen was für eine wilde fahrt ich weiß nicht ob wir da so normal hinfahren können wir probieren es mal haben wir eigentlich noch was was wir neu haben doch pass auf aber ich glaube nützlicher als je zuvor bei dem hier okay ich glaube ein bisschen darüber müssen wir ein land ich weiß noch nicht bleiben wir im wasser ich weiß nicht ob ich hier durchkomme es sieht nicht sehr einladend aus wenn ich das so sagen darf deswegen fahre ich jetzt auch nicht so schnell also ich würde fast vermuten dass wir hier hoch müssen flauschkolossnest ah das ist der große flauschkoloss gegen den wir schon mal gekämpft haben glaube ich oder versucht haben zu kämpfen manchmal muss es eben zu fuß sein und da waren wir nicht so gut ah ich weiß nicht ob wir das schaffen oh gott wie schwimmt er denn abtauch luke aber das ist es nicht guck mal das sieht aus als würden wir da durchpassen äh da oben irgendwo also ich weiß nicht ob wir hier schon mal waren ich glaube nicht guck aber er steht ja auf dem müll von einem spähplatz aus kannst du die welt ungestört beobachten wohin du auch gehst guck mal da ist auch ein boot dir stehen harte zeiten bevor da ist noch ein boot warte 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 da ist ein boot warte guck mal da ist ein boot ich will wissen wer da ist und hier ist ein wrack oh oh feind 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 die können auch im boot drin hoppen oh wie fies und abgestiegen ist ja krank okay so wo war ich jetzt ähm das ist ein unterschwimmer komplett ohne besatzung noch kopfunterkleber ressourcentotem also es ist jetzt nicht die stelle wo ich gerade war habe ich den eindruck ich habe mich schon wieder verlaufen das gibt es auch nicht gibt es hier unten irgendwas nein da ist nix oh gott klettern ist gesund aber wenn du nicht weißt wo du landest ist das halt die frage gehen wie weit das so gesund ist oh was gibt es was ist das war der sich sofort angezogen taucherhelm selten aber guckt mal rüstung äh suche juju auf juju talismana machen wir wir haben natürlich auch noch ein paar nebenquests die dürfen wir auch nicht vergessen einen hammer ist er noch mehr nö tja hallo klettern wir kommen nicht mehr raus nie wieder für immer gefangen es fällt schwer sich hier nicht für ein paar minuten zu entspannen ach der baum ist hübsch der baum ist hübsch aber war das jetzt das abtauch ach ich habe keine ahnung moment lass uns doch mal in die ganzen quests reingucken so pass auf ich würde ja eher gern nochmal jetzt glibber glibber glatter wrack kisten suchen wollen siehste sind wir nämlich fast schon wieder von der mission abgekommen ähm das hatten wir ja jetzt mit dem neuen update tatsächlich dass wo soll es sein oben vielleicht dass es neue quests immer sofort gleich direkt mit auswählt auch wenn du das so gar nicht willst ok wir müssen rüber ja aber da ist doch der flauschkoloss ne ich glaube ja aus diesem metall kannst du bestimmt was schickes anfertigen schickes äh ok ich muss rüber dann los geht's oh guck mal hier können wir schrubbergen und ich weiß gar nicht mehr wie das ging das hat dir Spaß gemacht ist ok wir nehmen es einfach mit das sieht so ein bisschen nach einem Schiffswrack aus ne hier in dem wird er mich verarschen alle Gäste von Bord bestimme dein Schicksal sonst tut es jemand anders ah stimmt warte mal der pennt doch irgendwo hier oben ja ja hier waren wir weil Blatt ist weg der überrascht uns da hinten da hinten da hinten probieren wir es wir müssen mal gucken welches level der ist 16 wir könnten es schaffen du bist komplett erschöpft ja warte 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 äh ich werde mal versuchen dass sie zu spürt haben weil der böse Wolf ist eigentlich gut wir sind ja jetzt deutlich stärker als das letzte mal ah verdammt und vor allen Dingen ah verdammt 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 wie ein Hund wir haben auch noch ah die habe ich gar nicht ausgewählt die habe ich gar nicht ausgewählt warum nicht äh äh wo ist denn meine Schusswaffe hin bin ich dumm äh 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 hatte ich nicht noch eine Schusswaffe äh 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 Monsterschlüssel 3E ach hör doch auf so eine Geschichte war das alte Wettlager oh wo führt dieser Schlüssel hin also wir haben hier einen Bioblockbehälter überragende Beute und äh irgendwas anderes haben wir noch was war das hab ich es gefangen ne ich glaube nicht das hat so extrem geleuchtet wo ist es hin mit der Dämmerung was war das erwacht die Welt keine Ahnung was es war ich weiß nicht was es war es hat so geleuchtet also hier ist erstmal nix mehr drin weil schon gepinnt jetzt mal gucken ob wir hier was finden ja ich weiß so ein bisschen waren wir hier schon ich erinnere mich auch ist das der den wir getötet haben okay oh mein Gott oh warte mal hier ist jemand das hat mich beobachtet hallo na findet dass du Licht in jeden Moment bringst okay mehr nicht gut hatte eh nichts mehr zu sagen aber wo finden wir jetzt noch was also Bio Blob Behälter vielleicht irgendwo oben vielleicht irgendwo oben ja doch das sieht gut aus also da oben ist auf jeden Fall da ist noch irgendwas wie kommen wir hin wie kommen wir hin ja wie komme ich hin wie komme ich hier hoch wie komme ich hier hoch so da ist nix ist auch nix der Baum gehört da nicht mehr dazu na nur Dreck und Müll hä aber wo soll denn hier noch was sein oh hier zum Beispiel wäre noch was du hast nix zu verlieren ah das gehört noch mit dazu ah ich verstehe und das wird jetzt überragende Gebäude wahrscheinlich sein ja hier haben wir auch noch was bing what the fuck Matbook Eimer Eimer Findet ihr das genauso verstörend wie ich es finde Uuuuuh ich glaube damit werde ich das nächste Schwert zusammenklöppeln guck mal wie viel Schaden das macht Stufe 20 benötigt wir sind Stufe äh 19 na das ist doch bald das ist doch bald das ist doch bald jetzt fehlt uns eigentlich nur noch nichts mehr der Biopropelder wollte ich sagen aber das war's alle sind einsame Tiere die ihr Leben lang versuchen weniger einsam zu sein oh das hat er schön gesagt alle sind einsame Tiere Ui Biopunkte sehr gut aah so cute Kreatur streicheln und walten ich weiß ich kann da einfach keine Tiere töten das geht nicht das geht nicht dann kriege ich halt immer mehr gute Aura aber ich kann das nicht tun ich weiß ich muss ah guck mal hier haben wir doch schon mal eine regnerische Nacht verbracht okay pass auf ich möchte jetzt mal ins Herstellungs äh Menü und zwar haben wir ja ist das die gewesen nee vielleicht nee die war es aber glaube ich nicht Katana ach so ich wollte ja ich bin auch doof Entschuldigung so diese Großklinge das ist die neue Klinge geil sieht so ein bisschen aus ähm wie die die wir schon haben also die finde ich ja ultra so was machen wir ran ist die Frage haben wir was Schönes zum ranmachen das zum Beispiel finde ich ganz schön Xon also es wird auf jeden Fall wieder so ein Zweihänder über 1000 zu kommen wäre doch mal eine Mission passt das was ist das was ist das Reliktband ja eine Banane genau so ich muss erst mal auf mich wirken lassen weil wir natürlich doch einiges an Auswahl haben ich würde jetzt nichts kleines nehmen auch nichts was hässlich aussieht also ich bin dann lass uns mal das finde ich gar nicht so schlecht dann können wir jetzt noch ein Zusatzteil ran machen da würden wir das erste Mal über 1000 kommen krass was hätten wir da jetzt dran klemmschraube was fertigst du heute an lass uns mal nochmal gucken wenn wir was war denn die andere Auswahl die nein pass auf dann jetzt kann es noch mehr jetzt kann es noch mehr pass auf hier können wir doch noch was machen äh Stachelbolzen oder wir klöppeln gleich sowas dran ich hab's gleich also lass es uns mal angucken ich würde es eigentlich herstellen ich finde es geil Xong Großklinge wäre das Seltenheit 60 prächtig also das würde wahrscheinlich noch 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 besser gehen 1,2,3,4 fast 5 Sterne äh Qualität Stronkick 7 Material Diam also ich find's ultra geil komm wir stellen das jetzt her geil 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 und wenn wir das entsprechende Level haben können wir es dann auswählen auswählen das Problem ist nur wir können jetzt theoretisch keins mehr herstellen oder also guck mal das ist nämlich die mit der wir jetzt die ganze Zeit kämpfen was denn das eigentlich für eine okay an die kann ich mich tatsächlich nicht erinnern äh an die geht's auch nicht so wirklich aber das wird gut wenn wir mit der rumrennen das wird richtig gut hab ich die jetzt weggepackt äh ja so okay entschuldigung ich weiß es hat gerade schon wieder ein bisschen länger gedauert aber es ist spät es ist einfach spät und mein gehirn ist so langsam äh ich wollte da unten hallo ich kann das nicht herbeirufen dabei stehe ich doch schon fast im Wasser man ha jetzt kann ich es öffnen was auch immer wir damit tun können also ich muss hier rüber halber Arsch war jetzt gerade so ein bisschen äh buggy ich glaube hier waren wir noch nicht auf dieser Insel gibt's doch bestimmt auch irgendwie wieder ein Flauschkoloss könnte ich mir vorstellen kaputt solange jemand zuhört wird die Geschichte immer weiter gehen tja ist die Frage und irgendwann hört halt niemand mehr zu könnte ich mir vorstellen Psy-Energie und endlich mal negativ das gut Welt verfinstert sehr gut was heißt das übersetzt es heißt übersetzt dass wir wenn wir unseren Charakter angucken dass wir haben 11 dunkel und 31 hell war es jetzt auch glaube ich immer ein bisschen notwendig dass wir die Welt verfinstern wenn ich das mal so sagen darf wir sind viel zu gut für diese Welt siehst du das Bruchboot da drüben es scheint noch seetüchtig zu sein aber das Wasser sieht so schön klar aus da will man sich einfach an den Strand legen und erst die kleinen dann die großen ja es sind so viele es sind einfach so viele pass auf ich glaube wenn es so viele sind werden wir hier immer wieder auf die Pantaner mitteln und er kann die kleinen ausschalten glaube ich und bei ihnen mal so ein wenig ausreisen ich laufe das wollte ich nicht tun ich habe einmal einen Controller und äh ein paar spannende Special-Tasten irgendwie wo es nur zwei befreit sind oder schlecht ich kriege die beschlossen los wenn man hier schickt jetzt aber so ja und wir haben nichts getan ja 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 Schlitzohr! So! Heimgewürfel! Voll ins Schwarze! So, und... Gibt's bei dir was? Weiß ich noch nicht. Ho, ho, ho! Wir können natürlich, wenn es jetzt weniger sind, auch wieder mit dem anderen... Ähm... Äh, warte... Weil da sind wir natürlich effektiver, zwar langsamer, aber effektiver... Einer, so müsste es noch sein. Gleich... So, mir reicht's! Voll! Äh, ich war irgendwie so ein bisschen schwerfällig im Kämpfen. Schieben wir das einfach auf die späte Nacht? So, okay, niemand hat irgendwas. Auch nicht der Große. Wo liegt denn der Große? Äh... Nö, der Große ist schon komplett weg, aufgelöst. Schade. Da könnte noch was vergraben sein... Ach, nee, ist ein Feuer. Hm... Oh, hi! Wie alle anderen vorher... Tudelbobber... ...hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt... ...und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Guckagwana... ...bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt... ...und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Putzen... ...ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Aber die Sonne ist hier krass, oder? Wie stark die Schatten schrupfen! Aber ich... ...miss auch ein bisschen das Dunkel. Keiner vermisst das Dunkel. Das tust du, jedes Mal, wenn du mich angreifst. Tja, es gibt immer ein nächstes Mal. Und hier ist die begehrte Kiste. Bin ja gespannt, was es hier Stranges gibt. Oh! Das ist aber schon wieder cool. Energiepaket, auch gut. Was haben wir hier noch Schönes drin? Das war jetzt alles aus Buchtboot. Der Lichtband. Bereich abgeschlossen. Na gut. Es fehlt auch gar nicht mehr so viel bis zum nächsten Level, ne? Oder haben wir jetzt schon Level... Nein. Also es fehlt wirklich gar nicht mehr viel. Hier ist noch eine Kiste. Klebeflasche. Aber was machen wir damit? Was machen wir mit dem Klebstoff? Weiß das jemand? Wo muss denn hin? Irgendwo da drüben, glaube ich. Also es ist skurril. Immer wenn ich auf hier... Siehste? Dann nimmt er die Munition. Also es ist ein bisschen verpackt. Und jetzt ist das Südnetz. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Wetter hier draußen sein sollten. Ah, guck mal! Eine Erinnerung. Absteigen und langsam machen. Naja. Die geht natürlich weg, weil... Die hatten wir ja schon. Wir haben ja schon alle Erinnerungen. Was aber ganz cool ist zu wissen, es gibt also mehrere Orte, wie man auf diese Erinnerungen treffen kann. Was mache ich denn mit der Perle? Was mache ich mit der Perle? Was mache ich mit der Perle? Oh nein, ist das süß! Was bist du? Nein, ist das tot? Ich weiß und ich wundere mich, dass die Welt immer heller wird um mich herum. Oh, das ist ein Ekelwetter. Oh, gleiche. Nicht mehr geschafft, würde ich sagen. Oh, sind die süß! Wie so ein Eichhörnchen. Oh, warte mal. Hier war ich auch noch nicht. Auf... Das ist in keinem guten Zustand, aber ein genauerer Blick könnte sich lohnen. Lass ihn zurück. Wo? Irgendwer ist hier. Ich höre es doch nicht. Nur wer? Irgendwas hat Geräusche gemacht. Ah, okay. Äh... Schnell, Schneider! Auf, los, los. Auf, los, los, los! So was steckt man nur schwer weg. Pau! Ups. Du hast Schmerzen. Oh, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh, das hilft gegen die Schmerzen. Ja, ja, wenn es ein bisschen weniger sind. So, jetzt. Werde ich mal die neue Waffe ausprobieren. Diese hier. Ah, nein. Ah. Baseball gespielt. Arschloch. He, 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 he. Gut, gut. Die neue Klinge hat sich, äh, bewährt. Ah, hast du recht. Tagsüber sind die Farben leichter zu erkennen. Weil Ella. Und so, ne? Okay, also hier ist nix drin. Achso, neue Stufe. Neue Stufe heißt ja auch übersetzt. Wir haben einen Punkt, den ich jetzt, glaube ich, in Vitalität investieren würde. So. Okay. Das ist etwas Besonderes, ein Drückplank, das die Längstvorbeizeit überlebt hat. Mit den Tondrückern konnte man Ohrempfindungen hervorrufen. Ohrempfindungen. Vielleicht funktioniert er noch. Die Töne müssen harmonisch klingen, damit der Drückplank gestimmt ist. Jetzt will ich auch eine Melodie hören. Musik für alle Ohren. Okay, das war lustig. Ich war am überlegen, ob ich das Lied kenne. Aber das kann täuschen. Also irgendwo soll hier noch ein Bio-Blobbehälter sein. Wo könnte er sein? Neben kleinen anderen Kisten und Fetzen, die es vielleicht hier gibt. Da. Ach, da oben leuchtet doch was. Es könnte da oben sein. Ja, gefunden. Geil. So. Dann geht's hier runter. Was ist denn das? Was ist denn das? Kann ich hier rein? Und wer seid ihr? Und was schwimmt da? Da schwimmt doch was. Was schwamm da? Was war das? Sollte den Oktopod inzwischen fertiggestellt haben. Du solltest zu ihm gehen. Wiss. Okay. Wünsch dir alles Gute. Ja, dir auch. Aber da war doch was im Wasser. Irgendwas war da. Boah. Gut, wenn man so begrüßt wird. 22. Alter, Vater. Das ist jetzt die stärksten Gegner, glaube ich, ne? Aber dieses Schwert ist gut. Wir sind zwar richtig langsam, aber da habe ich mich jetzt so ein bisschen durch das andere Groß- bzw. Langschwert, was wir hatten, ein wenig daran gewöhnt. Und dass wir dann so langsam sind. So, lass uns mal checken. Das sieht jetzt aus nach Radioaktivität. Ja, 100%. Also, sie leuchten zumindest so. Du hast Bumbunker 2E gefunden. Bedankt dich dafür bei Toxanol Corporation. In dieser Geschichte geht es um eine Heldenfigur. Die finde ich ja teilweise echt immer richtig gefährlich. Ich gucke trotzdem mal hier rauf. Ich darf das letzte Mal... Oha. Das sieht echt eklig aus. Würfel. Boah, das hört sich nicht gut an. Was sind das für Geräusche hier? Irgendwas randaliert irgendwo. Also hier ist es echt gruselig. Sieht wertvoll aus. Ja, vielleicht. Ein Finger. Strickmütze. Müssen wir bis da ans Ende durch? Ich möchte da nicht rein. Lass es bitte nur einen sein. Brinkt er sich schon selber um? Ah, es sind zwei. Es sind zwei. Gut, dann lass die zwei sich einfach mal gegenseitig angreifen und schon mal so ein bisschen fertig machen. Durch die Radioaktivität kriegen die jetzt wahrscheinlich gar nicht mit. Deine Reserven sind leer. Keine Fernkampfwaffe. Keine Fernkampfwaffe. Warum habe ich keine Fernkampfwaffe? Ah, nein. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Jetzt weiß ich auch, warum ich es von hier drinnen probiert habe. Ist der andere schon tot? Können wir aber bitte in den anderen Bereich reinkommen? Mann. Arsch, Arsch, Arsch. Boah, was ist das? Psy-Kraft? Ah, die kommen ja auch neu. Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Bin ich im Eis gefangen? Einfach nur schnell erledigen. Ich seh nix. Es wird knapp. Trauen wir uns da jetzt doch mal rein. Ich weiß auch nicht, wo jetzt da der Speicherpunkt war, ne? Also, der ist stark, aber ich glaube machbar. Uhhh. Hm. 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 Tja, ist jetzt die Frage, von wo wir starten. Von hier. Aber waren wir jetzt hier schon drin? Vielleicht, ja. Nein, nicht beides ankreuzen. Ja, okay, gut. Du wirst ja erst mal wissen, was hier jetzt der Speicherpunkt ist. Weil wenn das wieder nicht klappt, dann sollten wir es sein lassen. Puh, Eis ist ganz gut. Das kannst du gerade nicht mehr. Ah, ah. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Eis. Eis. Eis, 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 Eis. Nein, 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 nein. Ja! Speicher bitte, speicher bitte, speicher bitte. Aber es ist krass. Guck mal, wie er gestorben ist. Es ist richtig geil, mit dem Kopf so dunk. Sehr gut. Ich find's einfach geil, wie die so schimmern und oszillieren und vor sich hin leuchten. Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir den schaffen. Hose, Hose. Meine Hose, Hose. Gott. Oh. Also, Radioaktivität, da sind die Gegner echt schwer. Gut, weil das Spiel wahrscheinlich denkt, gut, wer es bis hierhin schafft, der hat den Helm auf. Nein, der... Wie soll ich sagen? Der... Ist doch ein wenig stärker. Also, viel wird's wahrscheinlich hier gar nicht mehr geben. Vielleicht noch den ein oder anderen Gegner. Da hinten müssen wir hin, aber hier ist doch auch noch eine Tür. Oder es ist die, von der wir herkamen. Äh, nee. Ich bin verwirrt. Nee, das ist in eine andere Richtung, oder? Ich bin verwirrt. Dafür wird jemand viel bezahlen. Okay. Aber hier sind Stufen. Ah, ich bin verwirrt. Das ist so verwinkelt. Okay. Heißt hoch raus? Oder heißt hoch einfach nur hoch? Weil manchmal sind das ja auch so die... Ich hab jetzt gar nicht geguckt, welches Level... Ähm, die Wege zu den... Ja, ich nenne es mal Sackgassen. Wo es halt einfach nur Sachen zu sammeln gibt. Ich dachte gerade, das wäre tief. Was ist das? Stichig. Okay. Damit kann ich nichts anfangen, siehst du? Ah, wobei... Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal runterlaufen, weil da war ja noch was. Wir waren ja noch nicht fertig. Ah! 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 Ich bin aber wieder unten. Hilfe! Äh! Okay. Ich dachte, er springt uns hinterher. Das wäre krass. Das ist ja auch fies. Kommst du raus und dann hast du so ein riesen Vieh. Weißt du, kommst du schön aus der Radioaktivität raus... Und dann wirst du überfallen. Ich weiß halt nur nicht, ob wir nicht da doch durch müssen. Aber hier war ja noch was. Hier. Siehst du? Die Kiste! Die Kiste. Ah! Ah! Oh mein Gott, das ist so ein... So ein... Oh nein, so ein Nemo-Verschnitt. Okay, das ist schon wieder cool. Wellenbrecher. Geil. Das heißt, hier kommst du nur rein, wenn du... Aber das ist doch Radioaktivität, wenn es erleuchtet, ne? Guck mal, hier ist auch noch was. Ich glaube... Aber das heißt, du kommst dann nur hin, wenn du... Ja. Wenn du gegen Radioaktivität... Immun bist. Ich laufe jetzt diesen Weg zurück. Der scheint mir attraktiver. Weil ich weiß, was mich bei dem anderen Weg erwartet, wenn ich rauskomme. So. Etwas nicht so Schönes. Mitten in der Nacht. Ich höre da schon wieder irgendjemanden. Na wo? Oben? Oh, hier ist noch Blatt zu holen. Tja, jetzt ist es wieder weg. Man kann nie genug Schrott haben. Ob Plastik oder was anderes. Hast du recht. Ja, ich laufe jetzt mal ein bisschen zu Fuß. Weil man ja nie weiß, was man hier so findet. Riesenratten? Das sieht so aus. Ich probiere es mal mit dem. Das weiß ich mir näher. Nimm das. Und nur Level 17, also so. Die hast du damit ja schnell weggesäbelt. Aber wobei ich sagen muss, mit dem Langschwert sind wir trotzdem ein bisschen bländiger als mit dem anderen. Wir müssen uns gleich mal vergleichen. Und zwar... Also das hier. Angriffstempo, Durchdringung... Und bei dem... Also ich weiß nicht, ob Angriffstempo da jetzt irgendwie einen großen Unterschied hatte. Ich glaube eher weniger. Das kann also dann... Oder wird dann Einbildung sein. Aber das ist auch eine Bildung. Waren wir hier schon? Vielleicht. Nein, waren wir nicht. Dann gibt es hier noch was vergraben. Pild und Zeugs. Das ist gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen was von dem Krams eingesammelt. Oh Gott, was ist das denn? Das ist aber hübsch. Bestimmt feinst akkurate Handarbeit. Ich habe hier eine Befürchtung, wir müssen irgendwie da hoch. Ich weiß nur noch nicht, wie wir da hinkommen. Also erst mal runter. Oh, die Musik. Oh, die Musik. Was geht hier im Gange. Was ist das für eine Musik? Sind wir in irgendeinem anderen Kartenbereich? Vielleicht. Strange, oder? Jetzt ist es wieder vorbei. Oh, guck mal. Hier ist eine Kogopi. Warte mal. Wie war denn reinrollen? Reinrollen war... Wie war denn das? Wie war rollen? Ich weiß nicht mehr, wie wir uns reinrollen konnten. Irgendwie ging das doch. Aber... Ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube so. Ich glaube so. Das war's. Das war's. Gut, da laufen wir doch hin. Und dann ist die Folge aber wirklich vorbei. Also ich weiß nicht, ob wir bis komplett hinlaufen. Ja, ich glaube nicht ganz. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube nicht ganz. Pummelschnauberplatz. Och, nö. Aber es ist die Frage, ist der oben oder unten? Also im Wasser wird er ja nicht sein. Der ist wie ein Jet. So, pass auf. Also guck mal. Wir haben jetzt Motorstufe 3. Geil. Dann... Gucken wir mal. Können wir das vielleicht ein bisschen... Den finde ich ja eigentlich ganz stylisch. Aber... Nehmen wir den Fisch. Also Nemo. Nemo-Verschnitt. Wobei Wellenbrecher ist auch geil. Aber wir haben ja jetzt den hier, ne? Jetzt gleitet es sich noch besser. Gut. Dann tauschen wir nur die Motor aus. Sind wir jetzt auch schneller? Ein bisschen. Ein bisschen. A little bit. Oh, hier ist eine Muschel. Pass auf den Glibber auf. Eine Muschel. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesen Perlen machen sollen. Hörst du es schnullen? Die sind gefährlich hier aus, ne? Ne, geht so. So, Ladies und Gentlemen, das sieht nach einem größeren Bereich aus. Wir werden uns hier jetzt das nächste Mal umgucken. Ich hoffe, ihr hattet viel, 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 viel Spaß. Was ist das? Zeig mir erst, was heißt. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. Aber da sehe ich schon wieder einen sehr, 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 sehr großen, den wir dann vielleicht besiegen werden. Vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden. Also, my loves, genießt den Morgenmittagabend. Tag, Nacht und seid immer ein wenig dirty dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017